Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich damit gerechnet, aber das Huawei Mate 30 Pro ist nun tatsächlich endlich in Deutschland verfügbar. Zwar nur in ziemlich geringen Stückzahlen, exklusiv beim Mediamarkt und natürlich ohne Google Apps und ohne Google Services, aber es ist endlich verfügbar und ich habe jetzt endlich eins hier und ich bin extrem gespannt drauf, weil es meiner Meinung nach nach wie vor hardware-technisch eins der besten Smartphones auf dem Markt ist. Wir wollen das Mate 30 Pro heute natürlich erstmal zusammen auspacken. Ich werde euch das Gerät nochmal zeigen, ich werde es einrichten und dann wollen wir einfach mal schauen, was denn bei der deutschen Version nun alles vorinstalliert ist. Es gibt natürlich schon diverse Unboxings und generell deutschsprachige Videos zum Mate 30 Pro hier auf YouTube. Die waren aber meines Wissens alle zur chinesischen Version. Insofern bin ich jetzt echt mal gespannt, ob es denn bei der deutschen Version irgendwelche Unterschiede gibt. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Die Verpackung sieht der des Vorgängers, also des Mate 20 Pro, schon mal extrem ähnlich. Ich glaube, die vom Mate 10 Pro sah auch schon ganz ähnlich aus. Ganz einfache schwarze Verpackung. Hier steht Huawei Mate 30 Pro. Hier nochmal Super Sensing oder wie nennen sie das genau? Super Sensing Cine Camera. Oh Mann, oh Mann. Natürlich wieder Leica-Branded das Ganze. Huawei Mate 30 Pro steht ja auch nochmal an der Seite. Hier auf der Rückseite dann nur nochmal so ein paar Kennzeichnungen, Siegel und so weiter. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Wenn ihr euch das Ding beim Media Markt kauft, ist es wahrscheinlich ziemlich sicher zugeschweißt. Es gibt nur eine einzige Farbe hier in Deutschland. Die habe ich auch hier. Das ist Space Silver. Vorgestellt wurde das Mate 30 Pro ja auch noch in anderen Farben, unter anderem so einem wirklich schönen Grün. Aber hier in Deutschland natürlich erstmal nur dieses Space Silver und ich denke, dabei wird es tatsächlich auch bleiben. UVP sind 1099 Euro. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, für den Preis und ohne Google Apps und wie das Ganze gelaufen ist, wird es dieses Gerät sehr, 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 sehr schwer haben. Ist für mich auch ein bisschen unverständlich, wieso Huawei da diesen hohen Preis wählt. Aber gut, dazu haben sie sich jetzt eben entschieden. Man kann das Gerät aus China auch schon deutlich günstiger importieren. Aber gut, ich glaube, dass das hier ein großer Verkaufsschlager noch wird. Das darf stark bezweifelt werden. Interessant wird dann natürlich eher, was in Zukunft noch passieren wird mit weiteren Smartphones auch im nächsten Jahr und so weiter. Gut, wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich habe ja schon mal auf dem Launch Event so ein kleines Unboxing gemacht. Das war damals allerdings noch Pre-Production. Bin gespannt, ob sich hier jetzt irgendwas unterscheidet. Und das war eben auch nicht das deutsche Modell. Hier sollte dann noch das ganze Papierzeug drin sein. Das ist bei mir halt jetzt nicht der Fall, weil es ein Pressesample ist. Dann haben wir hier unser SimiJack Tool. Und jetzt wird es natürlich interessant. Denn das wollte ich euch natürlich zeigen. Das ist das Huawei Supercharge Netzteil. Supercharge der zweiten Generation. Maximal 40 Watt. Aber nicht nur das. Das Mate 30 Pro unterstützt ja auch Wireless Charging mit bis zu 27 Watt. Ist glaube ich, also schneller ist keiner, was Wireless Charging angeht. Dann haben wir mit dabei natürlich auch wieder das passende Netzteil hier mit diesen lilanen Kontakten, wie das eben bei Huawei Supercharge so standardmäßig der Fall ist. Und hier dann auch noch unser typisches Headset in diesem Earpods-ähnlichen Design. Ich bin da kein allzu großer Fan von, aber viele schwören da ja irgendwie drauf. Cases bei mir hier jetzt keins mit dabei. Würde mich nicht wundern, wenn bei der Verkaufsversion dann noch ein Case mit dabei ist. Damals, als ich das Ding auf dem Event ausgepackt habe, war ja eins mit dabei. Aber ansonsten hier standardmäßiger Lieferumfang. Genau das, was man auch erwarten konnte. Nur halt jetzt eben mit dem Netzteil für deutsche Steckdosen. So viel zum Unboxing. Ich glaube, das können wir kurz halten. Jetzt schauen wir uns das Smartphone genauer an, denn das dürfte die meisten interessieren. Das ist es also, das Mate 30 Pro. Und ich freue mich unglaublich, es jetzt endlich in der Hand hier halten zu können. Erstmal wollen wir es aber jetzt aus dieser Folie hier befreien. Ja, das ist mir auch schon länger nicht mehr passiert. Gott sei Dank ist das hier nur Papier unter mir. Gut, wir ziehen auch diese Folie hier ab und dann natürlich auch noch diesen Not-for-Sale-Sticker, wie das halt immer bei den Pressegeräten so ist. Und haben das Smartphone hier dann in seiner ganzen Pracht vor uns. Ja, ich weiß wieder, wieso es mir damals so gut gefallen hat auf dem Event. Wir starten kurz mit den Abmessungen. 158 x 73 mm. 8,8 mm ist es dünn und wiegt 198 Gramm. Und ich gebe euch hier jetzt gleich mal einen Vergleich mit dem P30 Pro. Weil ich glaube, darunter könnten sich die meisten noch was vorstellen. Und dann seht ihr schon, ja, da gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Es ist eher so, also ich finde, dass sich das Mate tatsächlich sogar einen Tick handlicher anfühlt, durch dieses Waterfall-Display mit den stark gebogenen Rändern. Dazu dann aber gleich noch mehr. Also ich finde, für ein Smartphone mit 6,53 Zoll großem Display liegt es wirklich überraschend gut in der Hand. Ich mag auch dieses, ja, eckige, kantige Design. Erinnert so ein bisschen auch an die Note 3, finde ich, von Samsung jetzt. Also das gefällt mir. Displays sind wie gesagt 6,53 Zoll. Es ist ein OLED-Display mit dieser etwas ungewöhnlichen Auflösung von 2400 x 1176. Und es ist eben dieses Waterfall-Display. Ich blende euch da hier jetzt eine Aufnahme ein. Davon mag man halten, was man will. Ich finde, es sieht sehr, sehr toll aus. Ich weiß nur noch nicht, wie praktikabel das Ganze im Alltag tatsächlich sein wird. Muss ich mir dann die nächsten Tage anschauen. Aber ich bin echt einfach gespannt, das mal auszuprobieren. Und wie gesagt, ich finde, es sieht auf jeden Fall nett aus. Wir haben generell ziemlich dünne Display-Ränder. Dafür natürlich eine relativ große Notch, die aber auch kleiner ist als letztes Jahr bei Mate 20 Pro. Und auch kleiner als aktuell bei den iPhones. Und das, obwohl wir auch hier natürlich wieder eine 3D-Gesichtserkennung haben. Das ist der nächste Punkt, ja, der mir am Mate 30 Pro so gut gefällt. Und hier ist dann auch noch eine 32-Megapixel-Frontkamera mit einer Blende von f2.0 mit drin. Und zusätzlich zu dieser 3D-Gesichtserkennung gibt es eben auch noch nach wie vor einen In-Display-Fingerabdrucksensor. Also hier das Mate, was die Ausstattung angeht, wieder so, ja, die eierlegende Wollmilchsau. Hier ist wirklich alles mit dabei. So, kommen wir hier zum Rahmen. Und ihr seht schon, das ist natürlich überwiegend Glas durch dieses Waterfall-Display. Ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt bei der finalen Version, das fühlt sich irgendwie deutlich besser an als noch auf dem Event. Ihr seht schon, die linke Seite ist hier komplett blank gehalten. Das, was wirklich noch Rahmen ist, ist Aluminium in Hochglanzoptik. Auf der rechten Seite haben wir nur den Powerbutton und da bin ich tatsächlich skeptisch, ob man da gut rankommt, dadurch, dass der so weit nach hinten verschoben ist. Physische Tasten für die laute oder leise Wippe gibt es nicht. Ihr wisst es ja, man kann hier tippen und das Ganze dann quasi touchsensitiv lösen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Haben wir aber auf dem Event schon gesehen. Auf der Oberseite ein Infrarot-Port und ein erstes Mikrofon. Und auf der Unterseite haben wir den Einschub für bis zu zwei Nano-SIM-Karten. Also Dual-SIM-fähig ist es. Ihr könnt den 256 GB großen internen Speicher, also wie gesagt, das hat eben diese deutsche Version von MediaMarkt, den könnt ihr mit einer Huawei NM-Card erweitern. Also gleiches Spiel wie auch schon letztes Jahr. Ich finde es schade, dass es kein MicroSD ist, aber ich sage es mal so, diese NM-Card ist immer noch besser als keine Speichererweiterung. Daneben ein weiteres Mikrofon, der USB-C 3.1-Port und der Lautsprecher ist meines Wissens wieder ein Mono-Lautsprecher. Ich bin gespannt, wie der klingt. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Es ist natürlich wieder IP68 zertifiziert und der Speicher, der hier zum Einsatz kommt, ist UFS 3.0-Speicher. Also sollte hier alles sehr, sehr schnell gehen. Kommen wir zur Rückseite. Die besteht natürlich aus Glas, ist auch zu den Seiten hin abgerundet. Es ist kein mattes Glas, sondern ein ganz normales glänzendes Glas. Und ihr seht schon, Fingerabdrücke zieht das wieder magisch an. Ja, dann dieses Design mit diesem, naja, ich sage jetzt mal, das erinnert so ein bisschen an, ich glaube damals hieß es an die Leica-Kamera. Ich finde einfach generell an eine Kamera. Ich finde das super schön. Ich weiß, vielen gefällt es überhaupt nicht. Ist Geschmackssache, aber bei der Mate 3 war es ja schon immer so, dass Huawei ein bisschen was versucht hat, finde ich, was das Design angeht. Und diesem Smartphone hier kann man zumindest nicht vorwerfen, dass es kein eigenständiges Design hat. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Ansonsten, die Kamera natürlich wirklich das Interessanteste. Das ist eine Quad-Kamera mit diesem 40-Megapixel-Hauptsensor mit einer Blende von f1.6, natürlich wieder mit den gelben Pixeln. Dann dazu ein 40-Megapixel-Weitwinkel-Sensor. Und auf den bin ich extrem gespannt. Also hat eine Blende von f1.8. Auf dem Papier der beste Weitwinkel-Sensor momentan auf dem Markt. Ich bin gespannt, wie das dann im Alltag so läuft damit. Dazu haben wir ein 8-Megapixel-Teleobjektiv mit einer Blende von f2.4 und der vierte Sensor ist dann einfach ein Time-of-Flight-Sensor. Wir haben ja hier nun nur, nur einen dreifachen optischen Zoom und fünffachen Hybrid-Zoom. Hier beim P30 Pro ist es ja sogar der fünffache Zoom. Dafür haben wir hier eben diese bessere Weitwinkel-Kamera und angeblich eine deutlich bessere Video-Qualität durch diese Szenen-Linse. Da bin ich extrem gespannt drauf. Generell bin ich aber gar nicht mal so unglücklich, dass der Zoom eben nicht fünffach ist, sondern dreifach. Weil ich finde, dreifach sind in vielen Situationen sogar etwas praktischer. Aber mal schauen, vielleicht vermisse ich hier dann ja doch den fünffachen optischen Zoom. Nächstes Highlight, Akku. 4.500 mAh und so fühlt es sich halt einfach mal null an. Also, ja, man könnte auch meinen, wenn man es so in der Hand hat, das sind irgendwie nur 3.500 mAh und wie gesagt eben 27 Watt Wireless-Charging. So, und jetzt wollen wir es endlich einschalten. Ich hoffe, es ist etwas aufgeladen. Es vibriert kurz. Wir sehen das Huawei-Logo, powered by Android natürlich. Software ist Android 10. Natürlich schon wieder mit Huawei's EMUI, aber eben ohne Google Apps. Also, es sei denn, hier sind jetzt irgendwelche. Ich bezweifle es, aber ich glaube, das Ding hier kommt. Also, auch die Pressegeräte komplett ohne Google-Services. Prozessor ist der neue Kirin 990. Auf den bin ich auch schon extrem gespannt. Ist ein Octa-Core mit maximal 2,86 Gigahertz. Und dazu haben wir dann 8 GB RAM. Ja, wenn ich mir das hier jetzt so anschaue, also zum einen seht ihr hier natürlich nochmal die Display-Ränder und alles Mögliche. Aber ansonsten sieht das halt aus wie bei jedem anderen Huawei-Smartphone auch. Ich werde das Ganze jetzt mal einrichten. Ich werde es nicht filmen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es kaum Unterschiede geben wird zu vorher. Außer, dass halt hier kein Google-Account eingerichtet wird. Aber wenn mir da irgendwas auffällt, dann halte ich kurz die Kamera drauf. Ansonsten sehen wir uns wieder, sobald das Gerät eingerichtet ist. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie das Mate 30 Pro in dieser deutschen Version so bei euch ankommen würde. So, ich bin jetzt quasi durch mit der Einrichtung. Es lief genauso, wie ich schon vermutet habe. Im Prinzip 1 zu 1, wie auch beim P30 Pro schon. Außer, dass da, wo man halt normalerweise seinen Google-Account oder seine Google-Account-Daten eingegeben hat, da konnte man sich jetzt eben mit seiner Huawei-ID einloggen. Das ging vorher auch schon, kam aber erst etwas später. Jetzt bin ich quasi so gut wie durch. Ich habe Fingerabdruck registriert und auch mein Gesicht schon für den 3D-Scan. Aber jetzt werden mir hier noch so ein paar Apps vorgeschlagen. Und das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. TikTok unter anderem mit dabei. Aber interessant hier natürlich der Huawei-Store. Den Rest spare ich mir jetzt einfach mal, weil was soll das denn alles sein? Ja, böse Zungen. Was heißt böse Zungen? Das ist natürlich hier Bloatware. Also bis auf diesen Huawei-Store. Klicken wir mal auf Weiter. Und ja, ich schaue mir jetzt noch mal kurz dieses Tutorial an. Und dann, wenn alle Apps installiert sind, wobei das nicht viel sein wird, dann zeige ich euch das Smartphone. So, jetzt ist alles eingerichtet. Ich habe ein paar Minütchen damit rumgespielt. Erstmal muss ich sagen, sieht das halt aus wie jedes andere Huawei-Smartphone auch schon, das ich dieses Jahr getestet habe. Also von der Software her, man merkt so ein bisschen den neuen, was heißt neuen, aber dass es ein paar Veränderungen mit EMUI 10 gibt. Dann schaut man sich hier so um und dann fällt natürlich auf, also dieser Ordner, wo dann Google meistens draufsteht, der ist hier halt jetzt nicht da. Es ist ab Werk, also wenn man das von vorher nicht macht, okay, kaum Bloatware vorinstalliert, bis auf diese WPS Office-Software hier. Das, was ich eben meinte, also dieser Huawei-Store, den ich da jetzt gerade noch installiert habe, das hat nichts mit Apps irgendwie zu tun. Also das ist nicht der App-Store, sondern das ist tatsächlich halt ein Huawei-Store, wo man dann vermutlich auch die Geräte, also es sieht hier gerade halt einfach aus wie die Webseite, wo man die verschiedenen aktuellen Produkte sehen kann. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wer aktuell dieses Mate 30 Pro eben beim Mediamarkt kauft, kann es dann 30 Tage lang testen und danach eben ein Review für Huawei schreiben und bekommt dann die Huawei Watch GT 2 gratis dazu. Das ist ein ganz nettes Angebot. Also der Preis ist aber natürlich nichts, desto trotz meiner Meinung nach zu hoch dafür, wie das Ganze in letzter Zeit so gelaufen ist. Gut, dann Werkzeug. Also wie gesagt, hier, das sieht alles ganz normal aus, bis auf eben die Tatsache, dass keine Google-Apps vorinstalliert sind. Stattdessen haben wir hier diese App-Gallery von Huawei. Das muss ich mir aber jetzt selber erstmal noch genauer anschauen, weil ich mich, wie gesagt, mit dieser App-Gallery noch überhaupt nicht beschäftigt habe, was da jetzt alles mit dabei ist. Mir wird hier schon wieder einiges angezeigt, aber dazu dann mehr spätestens im Review. Ich werde natürlich auch versuchen, die Google-Apps hier drauf zu installieren. Das soll ja ganz einfach gehen. Aber was ich euch jetzt noch kurz zeigen wollte, also generell muss ich sagen, das Display bis auf die Auflösung macht es wirklich einen brutal guten Eindruck, auch Helligkeit, Farbdarstellung und so weiter. Sehr schönes Smartphone, wie ich finde, und es liegt echt überraschend gut in der Hand. Und ihr seht es schon, ich kann es auch hier so greifen und man muss sich keines Wagen machen, dass man hier irgendwie was auslöst, weil halt hier überall, also diese Randunterdrückung funktioniert gut. Ich wollte euch aber jetzt auf jeden Fall noch die Software-Tasten zeigen. Also man kann hier quasi auswählen, also standardmäßig konnte ich vorher auswählen, ob linker oder rechter Rand, das geht jetzt hier natürlich auch. Einfach zweimal tippen und dann kann man hier quasi die Lautstärke regeln und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also bis auf die Tatsache, dass ich halt quasi fast immer umgreifen muss, weil ich habe jetzt nicht die kleinsten Hände, aber es ist halt ein großes Smartphone, also bis auf das funktioniert das wirklich überraschend gut, deutlich besser, als jetzt zum Beispiel beim HTC U12 Plus, wo wir ja zuletzt, das war nicht die gleiche Lösung, aber die haben ja was ganz Ähnliches versucht, also die Tasten zu emulieren. Bin ich da jetzt gar nicht mal so skeptisch, ehrlich gesagt. Also bisher macht das ganze Gerät einen positiven ersten Eindruck, also das ist ja eigentlich der zweite Eindruck, Kamera und so weiter, das werde ich mir natürlich alles noch genauer anschauen in nächster Zeit, also vor allem die Kamera, weil da bleibt ja die Huawei-Software. Aber wie gesagt, ich muss halt jetzt schauen, ich glaube, ich werde es jetzt tatsächlich erst mal so machen, dass ich es ein bis zwei Tage ohne Google Apps, ohne Google Services nutze. Mal schaue, wie weit komme ich mit dieser App Gallery, aber dann werde ich natürlich vor dem Review auf jeden Fall noch die Google Apps und so weiter installieren, um auch einfach euch zu erzählen, wie gut das Ganze hier bei dieser deutschen Version funktioniert, was man nutzen kann. Android Pay wird ja ziemlich sicher nicht funktionieren, aber ja, schauen wir einfach mal. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich bitte unbedingt wissen, was euch für das Review interessieren würde, welche Videos ihr generell zum Mate 30 Pro sehen wollt. Ich plane auf jeden Fall auch ein Benchmark-Video, weil es halt hier eben das erste Smartphone mit diesem Kirin 990 ist. Auf den bin ich extrem gespannt. Dann gibt es auch endlich einen Benchmark zum Snapdragon 855 Plus und so weiter. Aber wenn ihr noch irgendwas anderes sehen wollt oder euch was Spezielles interessieren würde, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.